Arabi bedeutet Arabisch. Deutsch, يعne Almani. Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. In unserem Podcast wirst du Interviews ohne Ende hören, und zwar im Wechsel. Eine Episode Arabisch, eine Episode Deutsch. Ich bin der Amir und ich freue mich riesig, dich bei mir in dem Kanal begrüßen zu dürfen. Peace! Ich bin der Amir, und ich freue mich sehr, dass ich mit meinem Kanal begrüßen. Peace!